Ich glaube, wir haben das Schlimmste verhindert. Aber er steckt wieder und wieder aus seiner Asche empor. Was soll das Ganze noch? Es wird nie aufhören! Beruhige dich, Silver. Dann verrate mir mal, was wir noch tun sollen. Wie zum Teufel sollen wir den Iblis vernichten? Indem ihr die Wahrheit erfahrt, natürlich. So wie eine Pflanze aus einem Samen sprießt oder ein Küken aus einem Ei schlüpft, hat alles einen Ursprung. Ihr müsst nur denjenigen finden, der für diese ganze Katastrophe verantwortlich ist. Ist das wirklich die Lösung unseres Problems? Sag mir, wer war das? Sag mir, wer war das? Untertitelung des ZDF, 2020